Hallo meine Lieben, heute nähe ich mit euch eine Maske und was braucht ihr dafür? Ein Bügeleisen, ein Baumwollstoff, der 40 x 20 cm lang bzw. breit ist und zwei Jersey-Nudeln, das ist einfach Jersey-Stoff, der zusammengerollt ist und dann braucht ihr noch Wonder Clips. Ihr könnt diese Maske nähen mit einer Nähmaschine oder per Hand, das geht beides. Ich habe es hier mit einer Nähmaschine gemacht, das seht ihr aber dann im Video. Zuerst geht es ans Falten, das ist so die schwerste Aufgabe und ich habe jetzt gut über 200 Masken genäht und ja, so langsam geht einer schon gegen den Strich, aber was muss, das muss. Wir bügeln hier also erstmal oben die Kanten, die klappen wir beide jeweils um und bügeln auch unten nochmal die Kante lang, dann habt ihr es gleich einfach einfacher beim Falten. Dann kommt nämlich der schwierige Teil, das ist echt tatsächlich ein bisschen schwierig und ich habe auch ein bisschen länger gebraucht bei den ersten paar Masken, bis ich das dann geschafft habe. Das ist also einfach Übungssache und falls ihr es nicht direkt schafft, dann seid da nicht böse auf euch. Ihr seht es aber, denke ich, ganz gut im Video. Ihr fächert das also so auf, sodass ihr drei kleine Fächer habt und dann wird das Ganze nochmal drüber gebügelt. Das kann ein bisschen länger dauern, einfach weil der Stoff halt da so dick ist und da muss man einfach ein bisschen öfters drüber bügeln. Wichtig ist hier übrigens, dass ihr eine schöne Unterlage beim Bügeln benutzt. Also zum Beispiel, perfekt wäre natürlich ein Bügelleisen, aber ich habe hier so eine kleine Decke genommen, die war auch richtig praktisch dafür. Hauptsache ihr macht das nicht irgendwie auf dem Boden oder so, weil nicht, dass da irgendwie der Boden kaputt geht. Ich habe das Ganze jetzt nochmal umgedreht und von der anderen Seite gebügelt. Das ist immer ganz praktisch, weil dann ist es einfach noch stabiler. Und genau, das habe ich bei allen gemacht und es hat sich sehr, sehr gut bewährt. Würde ich euch auch einfach empfehlen, weil ja, das ist einfach wichtig, damit das ordentlich fest ist. Genau, dann fächern wir das Ganze auf und legen das an den beiden Seiten wieder zurecht. Also so, wie wir es gebügelt haben. Die Falten legen wir einfach nochmal so hin, weil jetzt kommen die Jersey-Nudeln. Jersey-Nudeln sind einfach Jersey-Stoff, den ich so ein bisschen aufgerollt habe. Und den nutze ich anstatt der Gummibänder. Das könnt ihr natürlich auch mit Gummibändern machen, so wie ihr möchtet. Ich habe hier Jersey-Nudeln genommen, weil einige eine Gummi-Allergie haben. Und da habe ich jetzt einfach mal Jersey-Nudeln genommen, weil die auch richtig elastisch sind und richtig gut halten. Wir haben jetzt, ja, ich habe gut 200 Masken damit genäht. Und, ja, das hält super. Ich habe die also hier so aufgerollt, wie ihr seht. Und dann werden sie so da reingesteckt. Also einmal so in die Mitte, da, wo sich die beiden Seiten sozusagen teilen. Also genau die Mitte von der Maske. Da wird die eine Seite reingelegt. Und dann wird das Ganze umgeklappt und an den Seiten mit Wonder Clips befestigt. Da könnt ihr natürlich auch eine Stecknadel nehmen oder irgendwas. Hauptsache, ihr befestigt das irgendwie. Ich finde die Wonder Clips richtig gut, weil die einfach richtig schön stark sind und das auch wirklich schön zusammenhalten. Und dann nehmen wir die anderen Enden der Nudel und stecken die jeweils oben einmal fest, so dass wir nachher ein Band haben, um es hinter die Ohren zu klemmen. Genau, das machen wir wieder auf beiden Seiten. Und da klemmen wir das dann auch einmal mit den Wonder Clips fest. Jetzt könnt ihr das Ganze nähen an den beiden Seiten. Entweder, wie gesagt, mit der Hand oder eben mit der Nähmaschine. Genau, das könnt ihr euch einfach aussuchen. Es geht, wie gesagt, beides. Ich habe hier natürlich die Nähmaschine benutzt, weil ich eine habe. Und es natürlich viel einfacher ist, als da jetzt mit der Hand zu nähen. Das ist aber auch ganz einfach jetzt hier mit der Nähmaschine. Und da geht ihr einfach über beide Seiten jeweils einmal rüber und dann ist das Ganze auch schon fertig im Endeffekt. Also es ist wirklich total einfach, diese Maske. Ich habe mir da auch ein ganz einfaches Schnittmuster rausgesucht, beziehungsweise gar kein Schnittmuster. Ja, weil ich sehr, sehr viele Masken auf einmal nähen wollte. Und ich fand, das hier ist auf jeden Fall eine super, super Art, die Masken zu nähen. So, jetzt habe ich beide Seiten schon fertig, wie ihr seht. Geht also super, super fix. Auch mit der Hand geht das super fix. Und ja, so sieht die Maske aus. Wir drehen die Ganze dann einmal auf rechts, drehen wir das Ganze um. Und dann kann man die so richtig schön auffächern und sich eben anpassen, so wie man sie eben braucht. Und oben drin kann man auch noch einen Filter einsetzen, wenn man möchte. Das muss man aber nicht. Und genau.